und herzlich willkommen hier ist wieder euer gemach ja immer letzte wochen mal singleplayer ja wir haben ein bisschen vorgespult und da gibt es natürlich jetzt ging es natürlich voll in die ernte ein und da haben wir natürlich meine felder jetzt zu machen und dann habe ich noch ein zwei missionen angenommen die laufen natürlich auch gleich noch mit aber jetzt gleich wieder ganz schön zu tun und das ist ja hier steht alles im weg irgendwie da müssen wir hier aufräumen da geht irgendwie nichts grad so aber weg wird und mit dem gleich mal ja eben hier einladen auch wieder leer weil das vorgewende hier ist natürlich ein bisschen bescheiden wir tun da hier gerade die karotten machen bescheiden muss ich sagen und dann können wir den hier natürlich dann auch gleich schicken würde ich sagen alle leute müssen zu erreichen eine ganz schade naja hilft ja noch alles nix wenn trotzdem und dann wieder mal ansetzen und dann lassen wir den hier laufen ja und tschüss so viel hast du das war gar nicht so gedacht in den zeit rein zu fahren hier aus passt es wir können ja auch einstellen und dann kann er das selbst das ist es also ungelassen Und dann kannst du natürlich auch gleich wieder wegfahren. So, der ist da, das passt. So, das wäre ja dann jetzt hier oben. Wäre das jetzt? Da müssen wir den mal hier einstellen. Ah, was war das denn? Eins, zwei, drei. Da können wir aber drei lassen. Okay. 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 Anfang. So, und dann müssen wir natürlich da einfliegen. Das ist jetzt 48. Ähm. was das wird zu achten ich bin mal weiter Schauen wir weiter. Geil. Können wir nämlich da auch schon mal anfangen und den dann hoch. So, dann fährst du mal da hin, genau. Kann ich jetzt gleich mal schnell rausnehmen hier. Kann ich mit dir mal schnell gucken. Ob wir das drin haben. Wir sind. Okay. Okay. Pflanzenschutz hat er schon mal drin. Dann müssten wir. Aber gar nicht drin dort sein. Dann machen wir das natürlich so mal. Okay. 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 Yeah. Nix. Jedenfalls müssen wir Stück für Stück machen. Also, da habe ich ein bisschen zu tun, erst gar nichts und dann alles mit einmal. Ich muss echt sehen, wie ich das mache alles. Aber auch das passt. Ich weiß, wie ich das mache. Ich möchte euch das machen. Ich möchte euch das machen. Jedenfalls für die Mischung. Ich möchte euch das machen. Ich möchte euch das machen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das ist alles gar nicht so einfach, dass wir hier alles für hinkriegen, dass das alles läuft. Das ist schon heftig. Alles einrichten und dann arbeitet es fast als Stress aus Arten, aber naja. Wir wollten es so haben und nun ist es nun mal so. Das muss man halt sehen. Wenn wir bloß sehen, wo wir den Hänger hinstellen, wenn der nicht im Weg ist, könnte man ja auch hier so. Dann gehen wir den mal hin. Kommt die Stimme hier drüben hin. Jetzt haben wir wenigstens aus dem Weg. Dann kommen wir. Sieht so. Jetzt kommen wir alle wieder. Die Stimme hier drüben. Sieht so. Sieht so. Sieht so. das mit dem vorgewinne da müssen wir mal gucken dass das alles hinhaut irgendwie 30 musste so die 35 haben wir die hier drin das war jetzt nicht ja Oh Den Dings Generieren Den Dings 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 Perfekt So Dann gleich Das erste Mal So Dann fährt der Mit Und jetzt der andere Perfobrik 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 Dann läuft der auch wieder ab Auf geht halt eins nach Andere So Jetzt auch So Was Nehmen wir Dein Kopf Glück Falt 35 Stimme, falsches Falt, der muss natürlich auf die Kugel gehen. das er fährt hier noch schön das passt das kann man offen lassen den hier könnte man eigentlich sind rumstehen das bringt nichts an da braucht man alles oh und und 35 und mitnehmen dem bringt ja gar nichts und du fährst zum teil und blenden blenden schützt B und ich fährst aus Brotland Okay. Okay. So, da kann man nochmal gucken, ob das nicht. Und noch mehr, auch da hin. Nichts in Schuss. Warten wir mal noch, der fährt noch. Und noch, der fährt noch, der fährt noch nicht. Und noch, der fährt noch, der fährt noch. Und noch, der fährt noch nicht. So, dann kann der hier auch anfangen. Dann geht halt gleich los aus dem Vorspulen und Action. So, dann geht's. 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 So, dann laufen wir hier richtig. So, dann geht's. Ja, das mit dem Parkwind ist auch wieder so ein Ding. Aber das kriegen wir schon. So, dann geht's. So, dann geht's. So, dann geht's. So, dann geht's. So... so und action also mit dem man immer drum um fahren das ist halt blöd naja wie auch immer ich versuche das vorgewende hier noch hinzukriegen und da sind wir auch schon mittlerweile am Ende unserer Folge wenn ihr wissen wollt wie es nächstes Mal weitergeht dann seid auch gerne wieder mit dabei bis dahin habt eine schöne Zeit euer Kiemannsjagur Jojo